Hey Freunde, was geht? Neue Runde ARC. Wir sind hier gerade bei unserem kleinen Haus, was wir uns gebaut haben. Es ist Nacht. Hier ist unsere Matilde, Level 23. Die haben wir ja mit Level 22 gefangen in der letzten Folge. Und wir schauen jetzt mal hier in den Ofen rein. Da habe ich noch Fleisch drin als Kohle. Meisholz rein, Meishleisch. Und ein bisschen Feuer in der Nacht, das ist ja ganz cool. So, das kann weg, das, 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 das auch noch. Und der noch. Genau, alles klar. Was wir jetzt genau machen wollten, weiß ich nicht. Oh, shit. Also im Grunde, glaube ich, Tiere zähmen und die Nacht überstehen. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Das sollte doch kommen. Vielen Dank. 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 Ich habe echt keinen Bock, irgendwas zu reden. Echt nicht. Sorry. Ich habe überhaupt keinen Bock, irgendwas zu sagen. Krass. Aber es ist eigentlich auch viel cooler. Und let's play, wo keiner redet. Echt. Aber ich hasse es ist wie eben, ich habe keinen Klang mehr, wo der Vogel liegt. Doch, ich habe nicht. Ich habe jetzt einfach drauf. So. Jetzt ist er wieder versorgt. Okay. 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 Das ist klar. Das ist klar. Gleich haben wir. Gleich haben wir sie. Ja, komm. Ja. Das ist klar. Ja. 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 Das ist nie. Ja. Nochmal das Fleisch raus. Sehr schön. Es kann dann aber wieder ausgehen, wenn es Tag ist und wir gehen jetzt mal nach da hinten. Wir müssen uns doch gar nicht so beilen. Die Fackel lassen wir noch mal kurz draußen, da sind wir nicht ganz hell. So, schön. Und wir schauen uns einfach mal das Tee an. 4 Omega, Level 2. Wir will ich haben. Jetzt. Oh, so wie schnell. Auf den Popo. Immer fester rein in die Wunde. Immer rein. Und da liegt das Vieh. Ich weiß nicht, ob das Fleisch für Pflanzen noch was heißt. Boah. Einer der Filet. Okay. Alles klar. Wir geben ihm schon mal eine Beere. Und sammeln jetzt vor allem noch ein paar Beeren. Das wäre jetzt zu hart, wenn wir das Vieh bekommen. Ach du Scheiße. Das wäre ja richtig geil. Das wäre richtig fett. Ich glaube, das ist so. Also ich meine, allein wie viel Nahrung das hat, das muss einiges aushalten. Dann überleg mal, du kannst einen Sattel für den machen, das wäre Oberhammer. Du kannst ihn noch reiten. So. Gehen wir ihm nochmal hier in die Beere. Und das würde ich sagen, dass wir auf gute 1.200 runter. 1.500. Und dann pumpen wir ihn mit allen Sachen zu. Wir müssen heute nur noch ein bisschen mehr kriegen. Das reicht nicht. Ich hoffe halt nicht, dass es ein Pflanzenprozess ist. Weil dann nicht immer ein Problem. also brauchen wir hier. So. Zurück. Schnell. Nicht, dass irgendwas passiert. Ne, sieht gut aus. Das ist schon auf 200, 200, das geht echt schnell. Okay, gut. Was bist du denn? Fiomia. Geschlecht weiblich. Du kriegst den Namen Peaches. Oh, du wirst kein Fleischwasser, dann brauchst du nicht die Zähne. Ja, Fiomia, so ist das. Ich passe auf dich auf. Sohn. Komm, Baby, dann kriegst du jetzt Essen. Ja, genau, könnt ihr... Ach, das sieht doch gut aus. Genau, wo ist die schon voll?